Willkommen beim heutigen Event auf dem Autorsportway Besser auf eine Strecke, die habe ich überhaupt nicht drin. Naja, danken, das ist einer nicht. Du bist ja lustig. Du hast das Glück, dass du meistens bist. Jetzt beschwerst du dich noch. Dann lässt du einen vorbei und fährst dann hinterher. Oh ne, das ist gar nicht die Strecke, die ich gemeint habe. Soll der Beobachtung des L eksparentylen hat dich um den dritten Punkt. Es geht bis auf dem Weg nach einem Weg nach dem Weg nach. Und an den Weg nach. Soll es nicht so drauf, dass du sehen, dass du nicht nur, weil du nicht nur, dass du nicht nur noch einen Aufregelstieg filosof ist. Und dann kannst du nicht nur noch einen Weg nach. Das ist das Ding, dass du nicht so drauf hast. Also darfst du auf den Weg nach mir einfach nicht zu machen. Soll es sind wir noch mal heute Abend? Soll es nicht in vier? Soll es nicht mehr. Untertitelung. BR 2018 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 Ich versteh dich nur ganz, ganz leise. Ob er etwas falsch gemacht hat, hat er gefragt. Ob es falsch war? Nein, ob er etwas falsch gemacht hat. Weil du ja gerade zu mir gesagt hast, was er teurer da gemacht hat. Ja, weil du mich vorbeigelassen hast. Es war nett von dir, mich vorbeizulassen. Das war alles, was du gesagt hast. Nee, ich habe zuerst gedacht, vielleicht das sind die Rosi. Ist dir irgendwas falsch gemacht, warum das war die Rosi gemeint? Nee, 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 überhaupt nicht. Absolut nicht. Ich habe das zweite Mal auf der Koppelstraße hier zum Koppelstraße. Kottchen. Das war's. Das war's. Das hat mich vergessen. Tauer sagt bitte rechtzeitig Bescheid, wenn du vorbei möchtest. Die sagten, weil ich dementsprechend jetzt keine gute Runde mehr hinbekommen werde. Ich bin bei dir nicht vorbei. Ich habe selber meine Runde versaut. Ich lasse sie immer auch vorbei. Ach so, okay. Danke, danke. Ja, nee. Wird eh nicht besser. Meine Runde ist für den Arsch. Also absolut. Wer kommt jetzt hinter mir, den las ich auch noch vorbei. Ja, weil du bist ja gerade den Crash fahren. Ja, mit Absicht. Meine Runde ist vorbei. Ich lasse euch jetzt durch und dann ist gut. Das ist der Sieg. Boah. Aber es ist definitiv kein Vergleich Honda und Nismo. Ist es auch nett. Aber ich bin die Klasse nicht gewünscht. Nein, 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 also wie gesagt, der F1 ist nicht zu vergleichen mit dem Honda bzw. den Nismo. Wie gesagt, der ist meilenweit davon entfernt. Ja, vor allem. Ich finde ihn nicht schlechter. Ich finde ihn besser. Ich finde ihn besser.